Wir gehen jetzt zu U7 Richtung Radius Spandau und dann sind wir auch bald da. Ihr hört ja in die U-Bahn und an einer Minute kommt die U-Bahn. Ja, und dann fahren wir weiter. Wir beeilen uns hier. Wir müssen hier Richtung Radius Spandau und gucken Richtung Radius Spandau. Hier siehst du die Reise. Verlinastraße sind wir hier. Und ja, sie werden über mich eingeschaltet und dazu wird gesagt, was ich möchte und nicht. Ich habe mir den Film eingeschaltet und jetzt gehe ich zu einer Freundin und danach fahre ich wieder nach Hause zu mir. Und ja, mach's gut.